Die Beziehung auf Augenhöhe, das hat mir nochmals einen zusätzlichen Impuls gegeben, dass ich das auch im Geschäftsleben hinterfragt habe. Aber es hat sich dann mit diesem Kurs nochmals manifestiert und auch gezeigt, wie wichtig das auch ist. Da merke ich, kriege ich gerade Gänsehaut oder so ein Gefühl von berührt sein, dass ich das mit meiner Partnerin erleben darf, dass wir hier gemeinsam sind. Das ist wunderbar. Es ist wirklich so großartig schön. An dem Online-Kurs beziehungsweise schätze ich sehr, wie das Format aufgebaut ist. Die Möglichkeit eben Fragen zu stellen oder eben zu profitieren, wenn andere die Fragen stellen, um trotzdem die Antwort zu bekommen. Es war immer so ein Zeitding, ich schaffe es zeitlich nicht. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt mache ich es und nehme mir die Zeit. Da arbeitet einiges sehr intensiv in mir, worüber ich sehr dankbar bin. Ich schätze am Kurs, dass die Kurse nichts verlangen. Kein Müssen, keine Brechstange, so formuliere ich das immer. Sondern sie geben mir Angebote und ich kann die Angebote annehmen oder sie auch zurückstellen. Ich schätze, dass es eben so viele Räume gibt, wo es genau um dieses Fühlen geht. Um dieses wirkliche, tatsächliche Fühlen und bleiben können. Und ja, dass das so ein Schatz ist. Ich möchte mitteilen, dass ich wacher geworden bin. Und wacher bedeutet bewusster. Respekt, Akzeptanz, Würdigung, Duldung. Das sind alles Worte, die ja geläufig sind. Die aber nie die Bedeutung hatten, wie sie jetzt haben. Ich bin so dankbar, dass etwas in Bewegung kommt in mir und einfach Stück für Stück einfach heilen darf und sich verändern darf. Den Kurs würde ich wirklich weiterempfehlen. Man merkt auch, es ist eine Herzensangelegenheit von Vivian, von euch, vom ganzen Team, dass es der Menschheit einfach besser geht.